Guten Tag, werte Gäste der Mason Manga, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Manga Review in der Vampire Week. Heute schauen wir uns einen Manga an, der bei uns im Bereich der Egmont Manga erschienen ist und zwar hört er auf den Namen Blood Parade. Und Blood Parade ist ein Manga, der gezeichnet wurde von Katsuyoshi Karasawa, ist in zwei Bänden abgeschlossen und gleich vorneweg ist einer dieser Manga. Genau, einer dieser Manga, die gefühlt irgendwann einfach ziemlich gerusht wirken, um nicht zu sagen geäxt. Was bedeutet geäxt? Der Manga wurde in der G-Fantasy in Japan publiziert, also einem Magazin wie der Shonen Jump. Dort gab es unter anderem Manga wie Horemiya, was gerade ziemlich aktuell ist, oder Black Butler oder Pandora Hearts oder Zombie Loan. Also gerade so die letzten drei schwingen so ein bisschen mit in dieser Fantasie, in dieser Art von Blood Parade. Und aber leider scheint es nicht so den gewünschten Erfolg zu haben. 2011 begann das Ganze und im Juli 2012 hat es dann auch schon leider wieder aufgehört. Kam scheinbar nicht so gut an. G-Fantasy hat sich dann gesagt, nee, wir geben dir jetzt noch ein paar Kapitel, guter Manga, und dann beendest du die ganze Sache. Dazu komme ich dann nochmal bei Zeit. Blood Parade, natürlich, wer hätte es gedacht, das dreht sich um Vampire in der Vampire Week. Und zwar um die, wieder einmal die Guten, die gerne mal benutzt werden, direkte Flashbacks an Chrono Crusade, die Zwölf Apostel. Die Apostel sind eine Art, ja, Notwehr, eine Art Agent, eine Agentur kann man fast sagen, die das Böse bekämpft, in diesem Fall Vampire. Die Apostel kann man sich ungefähr so vorstellen, man hat quasi, ja, wie ein typisches, ganz normales Bürogebäude, wo die Leute halt eben auch neben ihren Büroaktivitäten aber auch irgendwo mal rausgehen, mit einer Waffe und auf Vampirjagd gehen. So, und unser Hauptcharakter, unser Protagonist, der gute Gils, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, Gils wahrscheinlich, a little bit English, oder Gilles, ich weiß nicht, das wird doch bestimmt irgendeinen religiösen Hintergrund auch haben, der Name, der mir jetzt spontan nur nicht einfällt. Und, äh, vom Hause Mayford, ähm, ist ein ganz normaler Angestellter, der seinen Chef über alles idealisiert und auch idolisiert, falls man das so nennt, also er sieht ihn als großes Idol an, als großes Vorbild und, ähm, er arbeitet sein ganz normales, sein ganz normaler Alltag. Und er möchte irgendwann mal einer dieser großen zwölf Apostel werden, die es dort gibt. Und das ist quasi so diese Aufgabe, die sich diese Vampirjäger oder diese Kadetten, sag ich mal, zur Aufgabe machen, irgendwann später ein vollwertiger Apostel zu werden. Und er befindet sich gerade in dieser, sag ich mal, Lehrphase und, äh, lernt eben, beziehungsweise hat scheinbar bis dato schon mal den ein oder anderen Vampir getötet und ist jetzt quasi in seiner letzten Phase, in seiner Abschlussphase. Und, äh, wäre das nicht schon, sag ich mal, genug, was ja sowieso schon sehr schwierig ist an sich, die Aufgabe, bekommt er vom Chef, der übrigens auf den Namen Red hört, ähm, eine, ja, eine, wie nennt man das, eine Person, ähm, eine, die Person wollte ich jetzt gar nicht sagen. Wie nennt man das? Eine Kollegin, genau, eine Assistentin untergeordnet. Und, äh, diese Assistentin hört auf den Namen Luna, sehr, ne, man kann sich vielleicht schon allein vom Namen her so ein bisschen, bisschen denken, was da vielleicht passieren könnte eventuell. Und diese Luna ist, äh, scheinbar eine sehr, sehr, sehr nette, aber auch scheinbar eine sehr, sehr, sehr starke, äh, Persönlichkeit. Und, ähm, Luna dient quasi dazu, äh, Gilds oder Gilds etwas unter die Arme zu greifen. Also im Grunde ist Luna quasi so das Schutzschild oder beziehungsweise der Art Bodyguard für Gilds, damit der bei seiner ersten großen Mission einen Vampir eines härteren Kalibers zu töten, nicht gleich bei der ersten Mission oder bei der Abschlussprüfung drauf geht. Das ist so mal die Grundprämisse an sich. Und dann beginnt sich das Ganze etwas auszuweiten und, ähm, hier Dinge werden erklärt, die ich jetzt hier nicht vorne wegnehmen möchte. Ähm, wie gesagt, der Manga ist sehr rushed an manchen Stellen, weil man merkt, dass die Mangaka gesagt bekommen hat, jep, ähm, wird nichts, äh, du hast noch so und so viel Kapitel und dann beenden wir das. Also musst du bis dahin irgendwie halbwegs dir, äh, ein halbwegs gescheites Ende aus dem Hintern saugen. Es ist ja leider auch immer so, ne. Und deswegen werden oftmals manche oder viele Manga zu Unrecht schlecht behandelt, ähm, weil die Leute sich meist damit nicht beschäftigen, das einfach nur, ja, serviert bekommen von dem jeweiligen Verlag und ohne irgendwelche Informationen. Natürlich macht man das als Verlag nicht, weil wer würde denn quasi das kaufen, wenn es heißt, auch Leute, übrigens ist das ein offenes Ende und, äh, ähm, es wurde geexed, also es wurde ein ziemlich gerushtes Ende. Also, ist mir natürlich klar, dass man das nicht, äh, macht. Aber wir haben ja mittlerweile Internet oder in dem Fall so Leute wie ich, die das hoffentlich noch, dass es ein paar gibt, die das auch noch machen, ähm, die einem, die den Leuten das vorher sagen. Also, wenn ihr den Manga kauft, wenn ihr Lust auf einen guten, wirklich soliden Shonen habt mit der Vampir-Thematik, die auch sehr gut dargestellt wird, also, äh, das ist zum Beispiel ein Lob, den ich dem Manga auf jeden Fall geben kann. Diese ganze Vampir-Thematik wird ernst genommen, sie wird ernst dargestellt. Es gibt teilweise dann doch recht heftige Momente, wo man sagt, hoppala, ja, ähm, ist jetzt nicht so, es ist nicht der Seinen-Gore oder so, was man vielleicht, äh, 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 nicht erwartet, sag ich mal, was man auch nicht erwarten darf, weil es ist immerhin nur, nur in Anführungsstrichen ein Shonen-Manga. Aber der Manga, ähm, hat dann tatsächlich so schon die eine oder andere Szene, wo ich mir gedacht hab, zumindestens, hoppala, hätte ich jetzt, hab ich jetzt so nicht erwartet, aber auf jeden Fall, ähm, hat mir gut gefallen, was das angeht, ähm, wurde auch gut in Szene gesetzt, die Manga kann auch wirklich toll zeichnen, also, verhältnismäßig gut, ähm, es ist, da gibt's jetzt keine Meisterwerk-Bilder oder sowas, bei weitem nicht, aber für einen, für einen Manga, für einen Comic einfach so, ist es wunderbar, es liest sich gut weg, es sieht gut aus, es ist eigentlich nicht verwirrend, die Kämpfe sind auch relativ übersichtlich, wie halt so ein Manga-Kampf eben übersichtlich sein kann. Und, ähm, ja, gibt halt hier mal Action, da mal Action, da ein bisschen Gelaber und dann aber auch gleich wieder Action, also, äh, es ist ein schönes Auf und Ab zwischen etwas ruhigeren Passagen und Action-Passagen, ähm, eigentlich so prinzipiell muss man sagen, ich, bei dem Manga wird mir eigentlich nicht langweilig, und es ist so dieser typische Manga, wo ich sagen muss, es ist so, um's mal, um's mal so zu formulieren, also, es ist so ein Auf und Ab Manga, es gibt so, es gibt so Manga, die, die, die bezeichne ich gerne so, diese Auf und Ab Mangas sind einfach die, also, als erstes mal, ich hab mir die ersten zwei Cover angeguckt, ne, also von den Bänden, was heißt, die ersten zwei, die einzigen, äh, Cover von den Bänden, und hab so gedacht, yeah, das sieht cool aus, das sieht doch nice aus, das ist was, was ich mir doch mal gönne. Das sieht cool aus. Sprich, ich hatte eine gewisse Erwartung, ne, Blood Parade, Vampire, und dann sieht man, äh, dieses cool, diese zwei coolen Cover, hab ich gedacht, yes, das ist, äh, das ist, äh, das ist, glaub ich, mein Ding, das könnte interessant werden. So, dann schlägt man das Ganze auf und beginnt zu lesen, und dann ist so erst mal so das erste, hm, geht's so, Gefühl, wo man dann denkt so, okay, ey, vielleicht, ähm, ist es, äh, zu Recht nicht ganz so teuer im Internet gewesen, weil eben halt vielleicht die Geschichte oder so einfach nicht so gut ist, die Charaktere vielleicht nicht so super. Dann aber kommt wie so ein, also, zum Beispiel, bei mir war es dann so, dann kam irgendwann halt Luna dazu, und, ähm, ich find's zum einen ziemlich sympathisch, ähm, und zum anderen, weiß nicht, sie hat visuell einfach irgendwas, was sich, was, wahrscheinlich andere Leute, die vielleicht auch viel Anime oder so gesehen haben, sagen, ja, das Charakterdesign ist jetzt nicht so spektakulär, oder kenn ich, hab ich schon tausendmal gesehen, so in dem Format, sag ich mal, aber ich fand es so, wie sie im Manga gezeichnet wurde, muss ich sagen, kam mir das irgendwie mal anders und neu vor. Aber, wie gesagt, ich mein, die Haarfrisur oder so, das kennt man alles schon, aber ich will da auch nicht in die Tiefe gehen, weil ich will den Charakter auch nicht, äh, großartig erklären müssen. Das, äh, würdet ihr dann haben, wenn ihr das in dem Manga liest, dann wisst ihr vielleicht, worum es mir geht. In erster Linie so ein bisschen, sag ich mal, ähm, eine Mischung, ah, das, nee, ist es schwierig zu, ich will's, ich will's nicht sagen, weil das würde das Ganze ein bisschen vorneweg nehmen. Ähm, was ich auf jeden Fall noch da sagen kann, dann war das eben halt so ein, so ein Up und da hab ich gedacht, oh, ey, die ist eigentlich ganz cool und da gibt's mal witzige Szenen mit, äh, Jills zusammen, okay, das ist in Ordnung, alles gut, ähm, und, äh, dann kamen so, so typische, sag ich mal, fast schon Jojo-eske Comedy-Einlagen, wo, wenn man den Kanal hier vielleicht kennt oder mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich nicht immer, per, per Du, kann man sagen, mit diesen, ähm, Jojo-Klischee-Gags bin, also dieses unfassbar seriöser Schönlingschef, ähm, der aber dann auf einmal super fröhlich ist und ach, lol, XD-Roffel und, äh, super lustiges Face hat und so und dann total aufgedreht ist und dann wieder total seriös ist, äh, in manchen Momenten oder irgendwie depressiv. Das ist so ein Gag, so, den, der war einmal ganz gut, beim zweiten Mal hab ich so gedacht, ja, okay, und der kommt aber, glaub ich, da vier, fünf, bis sechs Mal in diesem Manga vor und das ist so was, wo Jojo-Manga gerne machen, so diesen, diesen, diesen einen Gag irgendwie aus ringen, bis ins Geht nicht mehr und das ist, äh, ist nicht meins, aber ich hab da drüber weggesehen, ist, ist okay, ist ein netter Charakter, ist auch gut eingeführt, also ist halt gut in Szene gesetzt, soll halt so ein bisschen das Ganze auflockern, kann man mal machen, hat mich ja nicht genervt, aber hätte meines Erachtens nicht sein müssen, zumal, wie gesagt, es soll ja eh theoretisch ein Jojo-Manga sein und da fühlt sich das irgendwie ein bisschen anders, fehlplatziert an, sag ich mal. Dazu komm ich auch noch gleich, denn Jojo und Jonen, dazu, ähm, muss ich noch was sagen. Ähm, genau, und dann, ähm, gab es wieder so eine Art Downer, wo ich gedacht hab, hm, okay, das ist jetzt so, das war, glaub ich, die erste Geschichte mit dem, mit dem, äh, ersten Vampir, und da hab ich gedacht, okay, hm, hm, ja, ist jetzt ganz nett und so, und dann, dann gab es aber wieder so einen Moment, wo ich dachte, ah, okay, okay, hm, nee, das ist gar nicht, das ist doch gar nicht so scheiße. Es ist okay, sag ich mal. Und, ähm, und dann kamen aber wirklich ein paar Ideen und auch so, wie gesagt, Darstellung von den Vampiren und so ein bisschen so das Ernste raus, äh, kristallisiert, aber nicht um irgendwie in die Seinen-Richtung zu gehen, sondern in diese schonen-ernste-Richtung. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, also, ähm, es hat jetzt nicht so viel Tiefgang, aber es ist gut genug für einen Jonen, um es wirklich so ernst zu nehmen, diese Situationen und diese Momente. Und, ähm, dann gab es dann halt, gerade der zweite Band, muss man halt sagen, der war halt besonders stark, meiner, meiner Ansicht nach, was der erste Band zum Beispiel eher ein bisschen, wen, was dem ersten Band eher weniger gelungen ist, da hat der zweite Band mir fast schon zu viel, äh, gute Momente rausgepackt, äh, was sich einfach dann so von der, ja, von der Abwechslung her ein bisschen, es fühlt sich von der Gewichtung her einfach ein bisschen komisch an, wenn man den ersten Band liest. Ich hatte eine Pause zwischendrin von zwei Tagen, hab dann den zweiten Band gelesen und der zweite Band ist eindeutig um wesentlich mehr Punkte stärker einfach. Die Charaktere sind irgendwie interessanter, ähm, die Momente sind spannender, in Anführungsstrichen, ähm, es gibt interessante, mehr interessante Ideen, mehr gute, bessere Umsetzungen im zweiten Band, also, da muss ich halt sagen, der, gerade der zweite Band hat mir tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht, auf einer, auf einer, ich sag mal, einer Normalo-Ebene. Es war jetzt nicht das, der best of the best, ich hab mich super unterhalten gefühlt, sondern es war einfach so, dass man liest es mal und man hat einfach eine gute Zeit, dabei finde ich nichts verkehrtes, dann kann man ruhig mal machen, dafür kann man auch mal Geld ausgeben. Es muss nicht immer alles mindblowing sein oder deep as fuck, es kann auch einfach mal eine gute Unterhaltung sein, weil letzten Endes, sind wir mal auch ehrlich, Comics und Manga und von mir aus Filme oder sowas, müssen nicht immer einen geilen Twist haben und hier eine super deep Story und total krasse, ausgebaute Charaktere und irgendwie hier mega subtile Symbolik und was weiß ich, sondern manchmal hat man einfach auch Bock, mal einfach kurz unterhalten zu werden. Hey, ich hab grad Zeit, ich warte auf irgendwas, perfekter Manga dafür. Kein Scheiß, kann man wirklich einfach so weglesen, man hat zwei Bände, ist nicht die Welt, sind zwölf Kapitel, wunderbar. Also, da kann man auf jeden Fall überhaupt nicht meckern, ist ein solides Werk, was, wie gesagt, leider geäxt wurde, was ich ein bisschen schade finde, denn natürlich bei geäxten Werken, es bleiben ein paar Fragen offen, wobei, wenn ich mal ehrlich bin, eigentlich für mich persönlich keine, denn letzten Endes wusste ich schon, dass es in zwei Bänden abgeschlossen ist, ich hab den Manga gelesen, ich hab bemerkt, die Seiten werden immer weniger und wusste in dem Moment, okay, da wird es zumindest nicht mehr weitergehen. Aber wirklich offene Fragen, wo ich jetzt gesagt habe, oh, das interessiert mich jetzt brennend, gab es nicht. Also der Mystery-Aspekt ist halt sehr gering bis nicht vorhanden. Also minimal gehalten, sag ich mal. Und das ist okay, weil dadurch ist es nicht so störend oder so schlimm, wenn es jetzt auf Mystery aufgebaut wäre, hätte es mich mehr gestört. Einfach aus dem Grund, weil ich dann doch gerne wissen würde, warum und weshalb und was ist da eigentlich los. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Stellt euch einfach mal vor, es gibt so Manga, die sind so zwei oder drei Bänden abgeschlossen, wurden halt geäxt und die gehen halt voll auf die Mystery-Schiene. Da stellt man sich einfach vor, dass, keine Ahnung, was nehme ich da jetzt als Beispiel am besten. Also in den letzten Jahren haben mich zum Beispiel Attack on Titan, was Mystery angeht, extrem gut abgeholt, weil ich einfach Bock hatte. Da kamen ständig neue Fragen, wurden reingeworfen, neue Fragezeichen, plopp, plopp, plopp und immer mal wieder hast du so ein Ausrufezeichen gekriegt, so eine kleine Antwort. Juhu, und dann ging es weiter und in deinem Kopf hat sich alles zusammengespunden. Und jetzt stellt euch einfach vor, das Ganze bricht man auf drei Bände oder auf zwei sogar, weil der Mangaka eben gesagt bekommt, oh, du hast so drei Kapitel Zeit und der hat alles im Kopf und der will es halt loslegen oder beziehungsweise der hat noch so viele Ideen und so viele Sachen, die beantwortet werden müssen, aber das kann der halt nicht mehr in den letzten drei Kapitel bringen. Das wäre einfach zu voll gepackt, das wäre noch schlimmer, meiner Ansicht nach. Und deswegen müssen die auch immer viel weglassen und dann stehst du halt da und denkst so, oh, Charaktere waren cool, eigentlich hat mir alles ziemlich gut gefallen, ich weiß nicht, warum das in Japan nicht angekommen ist, aber was mich noch mehr nervt ist, dass ich keine Antworten habe. Und auch da, wenn ihr so jemand seid, wo ihr sagt, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, bei Blood Parade könnt ihr mal blind vertrauen, also ihr wollt dann nicht wirklich wissen, was da jetzt noch groß. Es wäre interessant, ein Sequel zu haben, definitiv. Es würde sich auch perfekt anbieten, man könnte direkt weitermachen quasi. Ähm, aber, ja, also, es ist mystery-technisch irgendwo, irgendwo ganz und so. Und von daher, alles gut für zwei Bände, kann man echt nicht meckern. So, ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, man merkt, ähm, dass die gute Katsayoshi Karasawa ähm, ein bisschen irgendwie, sag ich mal, im falschen Magazin gelandet ist, ne, weil, ähm, zum einen hat sie sehr, sehr filigrane, ähm, ähm, androgyne, äh, Männer, ähm, auch irgendwie gerne dargestellt, also gerne, ähm, dieses, ähm, wie soll man sagen, dieses Verlangen oder dieses, ähm, wenn sich typische, äh, schonen Ay-Yah-Ui-Momente, wenn der eine sich so über den anderen, der etwas größere Mann sich, äh, über den etwas jüngeren Spund legt und ihn so verführerisch anguckt oder irgendwie aus Spaß das so macht und so, äh, es sind so Momente, wo die so, wirklich so grenzwertig, äh, schonen Ei waren, ähm, ähm, aber die haben auch nicht wirklich was ausgemacht, weil es einfach, äh, wie gesagt, es war halt nicht wirklich was, da war jetzt keiner irgendwie, da gab es keine homosexuellen Verbindungen oder sowas, es wurde was angedeutet, irgendwie, aber das ist auch schon so wieder so in der Versenkung geraten, weil irgendwie merkt man dann doch, dass, äh, sie sich in dem Manga doch mehr auf Männlein und Weiblein fixiert hat, aber man merkt halt theoretisch gesehen, sollte sie in einem Manga, oder in einem Doshinji oder was auch immer, sie sollte sich mehr um Shonai und Yaoi kümmern, weil ich hab eigentlich das Gefühl gehabt, dass sie da mehr Bock drauf hatte, so, sie hat ein solides Werk gemacht, kein Thema, aber irgendwie hab ich das Gefühl gehabt so, dass vielleicht auch, dass, äh, viele Jungs, sag ich mal, vielleicht auch gestört hat, der Zeichenstil und so weiter, die Mädels hat's ja alle gut hingekriegt, kann man nix sagen, aber letzten Endes, die Jungs sind halt, also die männlichen Charaktere sind halt doch schon sehr, sehr Shonen-Ei-esk, also, ähm, aber ich hab mich davon jetzt nicht gestört gefühlt oder so, fand es eigentlich, wie gesagt, es sieht auch wirklich halt gut gezeichnet aus, wenn sie das so gut kann, dann, ähm, find ich das auch nicht, nicht wirklich schlimm und ich hätte auch nicht jetzt schlimm gefunden, wenn da einer irgendeine homosexuelle Beziehung gehabt hätte oder sowas, vielleicht nicht unbedingt mit einem Hauptcharakter, das hätte mich persönlich dann schon wieder nicht so interessiert, ähm, ähm, aber so, so Nebencharaktere oder so, ey, das ist halt echt schon so, ich sag immer wieder, von mir aus, klemptechnisch, äh, bin ich da auch schon, hab ich da auch schon das eine oder andere, äh, gehabt, auch mit, äh, etwas, äh, prominenteren, äh, Charakteren, sag ich mal, und, äh, hab da ja auch nicht so die Probleme mit, wenn es nicht zu eig, zu tief thematisiert wird, dann, finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm, und wie gesagt, Zeichenstil, das hat sie halt drauf und das sah eigentlich auch gut aus, das war in Ordnung, man merkte halt, dass sie irgendwie eigentlich eher so ein Jojo oder ein Jaoi-Jonen-Ei-Manga hätte zeichnen sollen, irgendwie, ähm, man hat auch die ersten, ähm, Sachen gesehen, weil ursprünglich war es geplant, dass Luna eben halt auch ein Kerl war und dann hätten wir quasi zwei Kerle gehabt, wo der eine Kerl sich halt schützend über den anderen wirft und wir, wir wissen alle, wie das letzten Endes geendet wäre und, äh, da hat aber dann diese G-Fantasy-Redaktion gesagt, so, äh, ähm, äh, ne, schonen wäre schon ein bisschen, ne, wäre nett, wenn, wenn, wenn du da in die Richtung eher gehen würdest, wobei man auch fairerweise sagen muss, der, der, dieses, G-Fantasy hat ja, also, ich kann nur noch ein bisschen was nennen, was die noch so rausgebracht haben, weil das, ich sehe gerade nämlich, das ist relativ interessant, also, also die haben so dieses typische, diese typischen Manga, die bei den Damen einfach gut angekommen sind, wie Black Butler oder Durarara oder Sayoki oder, ähm, Dingens, ähm, boah, wo hatten wir es denn noch, ich hab doch vorher noch was gesehen, ähm, tatsächlich scheinbar auch der in einem oder anderen Jounen-Ei, also es ist, es ist so ne, man könnte fast sagen, es ist so dieses Manga-Twister, könnt, wisst ihr noch was das ist? diese, diese Mischung, ähm, quasi, wo man Jounen und Jojo-Manga drin hatte, und, äh, dann eben vielleicht auch noch in der Mitte einfach was, wo einfach an keine Zielgruppe wirklich gerichtet ist, wie zum Beispiel ein Higurashi no Naku Koroni oder ein Uminiko no Naku Koroni, was ebenfalls in der G-Fantasy, äh, produziert und, ähm, ja, released wurde. So, ich würde sagen, ähm, das wollte ich jetzt einfach nur noch mal loswerden, einfach noch mal so kleine Infos, Häffchen zwischendrin, das, ähm, weiß ich, dass das viele von euch schätzen, und, ähm, ja, jetzt seid ihr hoffentlich ein Stückchen schlauer und könnt entscheiden, ob ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, ein großartiges Spoiler-Talk oder so, muss ich jetzt nicht machen, ich finde, da kann man einfach, die zwei Bände kann man sich gerne mal geben, lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr mal was Nettes dazwischendurch haben wollt, was jetzt nicht super deep und krass ist, sondern einfach nur gut oder hält und in Ordnung ist und man muss nicht unbedingt mehr wissen, also all dieses, sag ich mal, etwas Negative, was schon bei kurzen Bändengeschichten der Fall ist, ist hier eigentlich relativ ausgehebelt von alleine und von daher kann man das auf jeden Fall mal so weitergeben. So, das wär's, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mir zugehört habt und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Dann sage ich einfach nur noch, ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Mesa Manga und ich sage wieder einmal Tau Bye-bye. Bye-bye.